so und da werden wir wieder dunkle grüße und willkommen zurück in den outworlds ja mit er aber ist egal hallo sanja ich glaube wir muss was abgeben ich weiß gar nicht ich gucke einfach mal oder doch ich habe noch nicht gemacht siehst du vergisst den nicht vergessen ich denke nicht aber warum warum nicht was ein paar wochen nein so weg damit so dann müssen wir ja noch was überreden machen tun tagebuch optional überrede die msi ich bin mir nicht ganz sicher was ich da jetzt machen muss das 0 von 10 was ist jetzt aber nur dass er steht wenn ich habe es ja schon ich weiß nicht was es sein soll aber bekehren wir sollen wir zusammen zurück nur wenn so was auch also mir zu ihr hin oder warte logischerweise und sie ist ja wohl hier in amber heist denke ich mal jawohl und nein ich gebe diesen komischen typen nichts also dem dem mit dem 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 iconoclast typen der namen überhaupt nicht im kopf sanja dagegen ist irgendwie sehr präsent ich weiß auch nicht wieso der ist lustig das wird sein humor hilft die dinge zu erinnern und überhaupt sowieso mit was ja ach so habt euch getrennt war endgültig jetzt versuch du ich habe was für dich nicht wirklich äh warte äh warte äh 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 ah fuck oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck fuck das habe ich verkackt das habe ich verkackt weil ich xp wollte naja schöner scheiß oh fuck so Mist hätte ich mal ihr ich meine ich fand auch ihre ideen bisher besser besser und so ich habe seines nur gemacht weil es mehr xp gab weil es optional sachen gab bei ihr war es nicht so gewesen obwohl ich habe doch eigentlich die typen auch gerett ich weiß gar nicht ich habe wohl nicht genug für sie gemacht nur die hälfte irgendwie fuck wie gesagt äh ähm ähm eigentlich will ich damit gar nichts wissen ich will nur ihnen nur reden ach egal ach du Mädchen ähm 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 it's fine perhaps someday i'll be strong enough to recall that tragedy but today is not that day hmm 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 the gunship in dem fall nein mounted guns to our walls or the walls of stellar bay Also im Prinzip geht es darum, entweder diesen Ort vor dem Vorstand oder den anderen Ort vor dem Vorstand zu verteidigen, ja? Habe ich das denn richtig verstanden? Mhm, mhm, mhm. Okay. Nee, tut mir leid. Da sich jetzt der Begleiterin auch stur stellt, ich gebe es da hin. Ich meine, wenn sie jetzt immer noch den Kurs fahren würde, den sie fahren würde und den Krieg vermeiden wollen, ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Würde ich sie vielleicht auch noch geben, aber so, mhm. Also aufgrund dessen hat ich einen Fehler gemacht, hat sie jetzt einen Fehler gemacht und hat mich auch nicht überzeugt, ihr das zu geben, letztendlich. Also auf beider Seite dumm gelaufen. Pech gehabt. Tut mir leid. Ist nicht. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Was? Toll. Und der andere ist bestimmt gesunken jetzt dann durch. Oder auch nicht. Also super toll. Also ich freue mich. Also ist alles super gegangen. Ich hoffe auf eine Balik-Switch-Version. Ich kann es nicht oft genug sagen, um diesen Fehler zu korrigieren in Zukunft. Meine, ich hatte durchaus Logik in meinen Handlungen. Das hat sie bloß nicht gesehen, weil sie die XP-Ebene natürlich nicht kennt. Weil es ist ja für sie die reale Welt. Äh. Ich bin Angst, dass wir sie kämpfen müssen. Mhm. Sie schlagen unsere Wände, versuchen, dieses Modul zu bekommen. Es sieht, wie das bedeutet... Krieg. Ja. Irgendwie schon. Mhm. Er ist richtig, Herr. Sie klingt nicht sehr überzeugend. Well. Ich habe nicht gefragt, eine Performance-Review, habe ich? Nein. Ich werde die Southgate lockern, um sie zu halten. Ich werde sie rausziehen. Du musst aus dem Norden kommen. Gut Glück. Ach, da mag ich mich eigentlich überhaupt nicht einmischen, muss ich ehrlich sagen. Zumal ich auch als extrem stark in Erinnerung habe. Und da ist hier kein Level irgendwas... Mhm. Ich glaube, ich habe... Ich lasse es jetzt offen, wie es ist, weil... Äh. Mir gefällt... Oh. Nein, jetzt kann ich natürlich auch nicht mehr. Oder? Zumindest ist mein Schiff jetzt nicht mehr als Schnellreise angegeben. Jetzt habe ich den Krieg losgetreten, jetzt kommt er nicht mehr weg. Ich bin unglücklich mit dieser Handlungsentwicklung. Ich muss sogar da raus, sagt er mir. Das... Da will ich doch eigentlich nicht falsch angewiesen. Na gut. Äh. Da lang. Ja, super. Genau der andere Weg natürlich. Hat sich mir eh schon gesagt, zwar ein bisschen von der, dass ich erst da lang laufen muss, aber... Aber wie gesagt, ich bezweifle, dass ich jetzt überhaupt noch wegkomme, ohne diese Quest zu einem Ende zu bringen. Versuchen kann ich ja trotzdem. Also wahrscheinlich jetzt muss ich für die Reise gesperrt, weil... Dann könnte ich ja die Quest irgendwie umgehen. Aber ne, ich scheine da reinzukommen. Ah, Glück gehabt. Ich vermeide Konflikte, so gut es geht, denn ich bin auf Ausweichkurs. Ja. Sehr konfliktscheu im Prinzip. Hihi. Ah, ich bin echt nicht zufrieden mit dieser Entwicklung. Ich hätte dich gern an einen Verhandlungstisch gebracht. Das wäre aber das einzig Sinnvolle gewesen. Aber wie gesagt, ich... War zu heiß auf die XP. Soon. Mindestens 30 Folgen oder so war ich jetzt auf dem Planeten. Schön. Ist mir egal. Der Punkt ist auf jeden Fall... Ich sag mal nach. Weil ich kann. Auf lange Sicht gesehen, hätte ich sowas geahnt, wäre wahrscheinlich auf dem Weg des... Ich überrede sie, hier rüber zu kommen, mehr XP gewesen, würde ich mal so schätzen, als diese eine oder zwei Punkte, die ich so vorher gemacht habe, aber... Naja, verkackt ist halt verkackt. Faszinierend. Der Ring bewegt sich. Der auch? Das hier scheint stillzustehen. Also wir brauchen mal eine Wolkensticht hier irgendwie. Komischer Planet. So. Phineas Fogg. Äh, nee, warte kurz. Willkommen zurück, Captain. Ja, ja, ich weiß. Was? Oh, ist das auf? Oh, es ist auf gerade jetzt. Oh, Blast! Ja. Hallo. Ich versuche, den Captain der Unreliable zu erreichen. Weil ich suche immer für dich. Ich lasse mich nicht suchen. Bitte zurück in Roseway, so schnell wie du kannst. Ich habe ein Item of great value, that you'll be interested in. Now, how do I, how does this blasted thing turn off? Damn, engineers never label these toggles clearly. The transmission is complete, Captain. Es ist aber schön. I request you to... Jetzt habe ich also eine neue Quest. Oh, warte, mir... Ach, guck eine an. Ach so, die... Naja... Die können mich mal... Ja, da gebuchen. Ja, alles muss in jedem Quest. Alles gut. Alles gut. Ach so, Begleiterauftrag. Auf Monarch. Also muss ich jetzt damit nach Monarch, ja? Ja. Ich komme sogar hin. Da komme ich nur nicht hin. Da war ich schon mal. Komme ich da jetzt auch hin? Tatsache. Da komme ich nicht hin. Komm ich nicht hin. Ist ja die Frage, also... Komme ich überhaupt noch in diese Orte oder nicht? Ich meine, die hier bestimmt, weil die ist ja offenbar gesperrt. Das ist nicht ohne Grund gesperrt. Aber die ist nicht gesperrt, bin beschlossen. Trotzdem komme ich da nicht hin. Also wahrscheinlich komme ich hier gar nicht rauf, weil... Das ist aber bloß ein kleiner Planet, wo, keine Ahnung, nichts los ist. Oder wie? Ist auch noch irgendwas, was aber gar keinen Namen hat. Auch kurios. Das hat ein Asteroidenfeld. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich da noch hinkomme, irgendwie später, auf diese... Größeren. Wobei... Warte, wo fahre ich gerade? Nee, ich fahre... Ich fahre doch gerade hier, oder? Äh... Gute Frage. Ich fahre nicht auf Terra. Guck mal hier, ich war auf Monarch. Alles klar, siehste, genau. Äh, nochmal nach Rose Way. Was irgendwas hat für mich. Aber nichts hiervon, oder was? Muss ja, kann ja nicht. Hm. Ja... Na, zack. Nee. Keine Ahnung, wo was jetzt drin ist. Wie ich schon geschafft habe, ist ja Wahnsinn. Vielleicht sollte ich mitbekommen, irgendwie. Egal, ich mache das wie... Ich plan... Nein. Ach, sag mal. Ich bin nicht ausgewählt. Doppelklick, bitte. So. quasi... Finlias Fog, ich komme zu dir. Ja. Now arriving at Finlias' top secret orbital lab. Wienerich Fías, jetzt... Bam, 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 bam. Ähm... Wie fit hier immer noch ein Begleiter sehe ich gerade. Zwischion ausgewählt, die ane, superschön. Äh, ja, weiter mit Eh... Nicht mit der Taste. Idiot. 12 power energy field schön uhring flachs dispenser ist das flachs fl ux ja und vorbei wenig ist ich bin sein best buddy dein einziger party nämlich an meine ball ist nicht deine ball ist deswegen zieh ich nicht mit oder drüben hallo klingt so als wenn das spiel auch bald in die endphase gehen würde wenn ich jetzt den hauptfahrt folge wobei mir gerade auch klar geworden ist eben gerade tatsächlich erst divinity 2 als auch darksiders genesis sind auch schon relativ am ende also darksiders ist überraschend doch recht fix gegangen und bei divinity ja bisher mehr oder weniger schon geahnt da dachte ich sogar es geht früher zu ende aber ich habe ein paar sachen gefunden die auf der switch version selbst nicht gemacht habe ich da zum schluss durchgerusht bin mehr oder weniger das heißt wenn er jetzt auch zu einer geht enden in relativ baldiger zukunft drei let's plays und ich habe eigentlich bloß ein dauerhaftes ein weiteres dauerhaftes auf dem schirm und eins was ich mir anspielen wollte und wahrscheinlich nicht dauerhaft wird mal gucken ja auf einmal habe ich dann doch wieder nichts so kann ich mir theoretisch doch ein bisschen mehr zeit lassen bei outer worlds naja Super. Dymethyl-Sulfoxid. Äh. Das werden wir bestimmt. Dymethyl-Luf-Luxid. Ja, schon wieder vergessen. Äh. Okay. Okay, ja, naja, was auch immer. Ja, ja. Hm. Äh. Ach, echt? Wollte ich das? Nichts, natürlich. Nichts, natürlich.